Hey, hey ihr Lieben, herzlich willkommen auf Freiheitsleben in Schweden. Heute geht es mal im Kurz und Knapp und zwar um Wolverine. Bei uns hat tatsächlich fast jedes Gerät, jedes Auto einen Namen und der Volvo heißt natürlich Wolverine. Ja, ich musste mit Wolverine zum schwedischen TÜV, B-Provening nennt sie das. Da bekommt man einen Brief mit dem Termin, wo man dann vorstellig wird, beziehungsweise, dass man einen Termin ausmachen soll. Und das haben wir gemacht gehabt, das war jetzt ungefähr vor sechs Wochen. Vor sechs Wochen sind wir dann hingefahren zur Überprüfung. Das war komplett anders gewesen, als man es aus Deutschland kennt. Als erstes gehst du rein und meldest dein Kennzeichen an. Also wir mussten das Kennzeichen an einem digitalen Portal eingeben. Und dann ist man sozusagen wieder ins Auto gestiegen und hat gewartet, bis die Nummer auf einem Display über die dazugehörige Werkstatt beziehungsweise Einfahrt aufleuchtet. Und dort fährt man dann rein. Es haben sich dann zwei Leute darum gekümmert. Also ich kann euch sagen, der ganze TÜV oder diese ganze Überprüfung hat vielleicht 20 Minuten gedauert. Also wir haben nicht mal geschafft, den Gratis-Kaffee, den es dort gibt, auszutrinken. Und dann wurde das Auto komplett auf Herz und Nieren überprüft. Es waren zwei Leute, die sich dann wirklich das Auto angeguckt haben. Von unten, von oben, von der Seite und so weiter und so fort. Wir hatten drei Mängel. Den einen Mangel, der war sogar optisch zu sehen. Und zwar war das ein Riesenriss über die komplette Frontscheibe. Ja, also dass die gewechselt werden musste, das war uns schon vorher klar. Dann gab es, ja, es ist ein Automatik. Und wer es nicht weiß, also ich habe zum Beispiel beim Automatik noch nie eine Handbremse benutzt. Ich weiß auch, wusste auch gar nicht, wo die hier ist bei dem. Ich fahre schon eine ganze Weile, einige Jahre immer Automatik. Ist einfach ein bequemes Autofahren. Und so habe ich tatsächlich auch geschaut, ja, wo ist denn da überhaupt die Handbremse? Und er konnte sie drücken und konnte dann trotzdem ganz normal fahren. Also die war total hinüber. Ich glaube, die wurde noch nie bei dem Auto überprüft beziehungsweise mal gewechselt. Das mussten wir in der Werkstatt machen lassen. Ich komme nachher auch noch zu den Kosten. Und es war noch eine Sache, und zwar die Anhängerkupplung ist abnehmbar. Und der Schlüssel dafür, der hat gefehlt. Und das waren die drei Mängel. In der Summe hat es 540 Kronen gekostet, also diese Überprüfung. Und dann hat man sozusagen vier Wochen Zeit, die ganzen Mängel zu beheben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, wenn du zu einer Werkstatt fährst und alles mit einmal reparieren lässt, dann geben die dein Kennzeichen ein und sagen, es wurde alles erledigt und schon brauchst du gar nicht mehr vorstellig werden. Da es bei uns drei verschiedene Werkstätten waren, weil du kannst in einer Autowerkstatt, jedenfalls hier bei uns, nicht die Scheibe wechseln lassen. Dafür musst du zu einer Glasmasterie. Und da waren wir gewesen und haben eine neue Frontscheibe mit Grünkeil bekommen. Also eine Volvo Frontscheibe mit Grünkeil. Und jetzt haltet euch fest, die hat sage und schreibe 2200 Kronen inklusive Einbau und neuen Scheibenwischern gekostet. Ja, also in der Summe so ungefähr 220 Euro. Da habe ich schon gesagt, okay, das ist ein Schnäppchen. Weil bei unserem großen Mercedes, da habe ich die Scheibe schon mehrmals wechseln lassen müssen, weil Steinschläge ja zur Tagesordnung gehören bei den großen Autos, bei einer V-Klasse. Und da kostet das grundsätzlich 1200 Euro, also 12.000 Kronen. Ich weiß nicht, also ich lasse sie immer bei Mercedes machen, weil es ist ein Leasingfahrzeug und deshalb brauche ich da auch immer eine Fachwerkstatt. Jedenfalls die Glasmasterie 2200 Kronen. Dann haben wir die Bremsen machen lassen, die Handbremse. Also nur die Handbremse, das war es. Also die Backen waren da irgendwie komplett weg. Die gab es nicht. Also wurde es komplett gemacht. Und dafür haben wir 5000 Kronen bezahlt, also 500 Euro. Beim letzten Werkstattbesuch mit dem Auto bei derselben Werkstatt, da haben wir schon echt ein Schnäppchen gemacht gehabt. Da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt auch nicht so teuer werden. Aber 5000 Kronen, 500 Euro ist schon mal eine kleine Hausnummer. Aber okay, kann ich mit leben und dafür ist das Auto dann erstmal wieder verkehrstauglich und wird zugelassen. Ja, die größte Problematik war tatsächlich, den Schlüssel zu bekommen oder einen Schlüssel zu bekommen für die abnehmbare Anhängerkupplung. Ja, da haben wir mit Volvo direkt geschrieben. Wir haben mit verschiedenen Werkstätten geschrieben, sogar mit einem Schlüssel. Wie heißt das? Mr. Mint oder wie heißt es in Deutschland gibt es ja hier auch diese Schlüsselmacher und so weiter. Keiner konnte uns helfen. Dann haben wir nochmal die ganzen Händler hier in der Umgebung angeschrieben, die Volvo vertreiben. Und dann meldete sich ein Volvo-Betrieb aus Ludwika, der dann meinte, Mensch, ist überhaupt kein Problem, haben wir schon mal gehabt, haben wir schon öfter gehabt. Kommt mal vorbei, wir machen das schnell. Ja, sind wir hingefahren und tatsächlich, wenn die sagen, wir machen es schnell, dann meinen die damit auch schnell. Also auch dort, wir sind reingefahren in der Werkstatt, haben das Auto abgegeben, sind kurz zum Kaffeeautomat. Wieder natürlich gratis Kaffee. Haben uns dann ein bisschen im Verkaufsraum umgeschaut. Da habe ich so ein Volvo XC90 der neuesten Klasse, Generation gesehen. Absolut Hammerteil. Ja, gut 120.000 Kronen oder so. Äh, nee, 1,2 Millionen. 120.000 wäre ein Schnäppchen. Nein, 1,2 Millionen Kronen. Absolut Highlight-Ding. Und wir haben uns das ein bisschen angeguckt, haben mit dem Verkäufer geschnackt. Und dann auf einmal kam schon der Werteherr von der Werkstatt und sagte, ihr seid fertig. Ja, also gute 20 Minuten, dann war die Sache auch vom Tisch. Ähm, auch dafür haben wir ca. 2.000 Kronen bezahlt. In der Summe sind wir jetzt bei knapp 10.000 Kronen, also gut 1.000 Euro. Wir müssen jetzt diese Woche am morgigen Tag fahren wir hin zum Bill-Provening und sagen hier einfach, wir haben alles erledigt. Das, 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 das und dann ist es in Ordnung und dann haben wir wieder sozusagen schwedischen TÜV. Ja, ihr Lieben, das soll es eigentlich gewesen sein. In diesem Sinne sage ich, sei und bleibt Freiheitsleben. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.